Ein Herzerfrisch... Ach nee, scheiße, die Begrüßung hab ich schon letzte Woche verbraucht. Quatsch, letzte Sendung, ähm, ein, äh, ja, willkommen, wie auch immer, ist mir auch scheiße egal. Mal ernsthaft, was soll denn der Scheiß? Nein. Hallo. So ist eine Begrüßung auf Deutsch, in Deutsch, in Deutschland. Typisch. Hallo. So hätten wir's auch erledigt. Ähm, ja. Äh. Mein Plan heute sieht so aus, dass ich keine Ahnung hab, was ich eigentlich machen will. Sondern euch einfach zu Tode quatsche. Nein, natürlich nicht. Ich habe deutlich eine Idee von dem, was ich machen will. Nämlich Level 22 erreichen. Ich glaub aber nicht, dass ich das heute in dem Video schaffen werde. Oder in den zwei oder drei Videos, die ich jetzt, morgen, überhaupt und so weiter, überhaupt und jemals drehen werde. Äh. Braucht ihr etwas? Ich laber echt schon wieder zu viel. Das ist nicht gut. Ich, ich sollte mich runtersch... Oh. Schon 20 Wasser. Nett. Äh. Ja. Egal. Ähm. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich meine, ich trinke nichts und bin total aufgewühlt. Also, ich glaub, ich brauch wieder Alkohol. Sonst dreh dich demnächst nur noch so. Das ist echt nicht gut. Ich will ja nicht, dass die Hälfte meiner Zuschauer direkt abhaut, nur weil ich sie zu Tode quatschen könnte. Aber, guck mal hier, wie wir jetzt reisen können. So können wir reisen. Mit einem Pferdchen. Ist das nicht geil? Ich find das geil. Das ist doch einfach Hammer. Wir holen uns jetzt Murloc-Flossen für die Quest, die wir grad angenommen haben. Ähm. Die gibt's hier. Entschuldigung, ich hab immer noch Husten. Das kann passieren. Ähm. Murlocs, hier. Ihr Bastarde. Ihr Dreckigen. Kommt her. Ich mach euch... ...tot. Ich mach euch... ...kaputt. Äh. Toastbrot. Ja. Oh mein Gott. Ich sollte weniger... Naja. Murloc-Augen. Nein, was brauch ich denn überhaupt von denen? Flossen. Habe ich schon sechs. Ja. Perfekt. Ja, ich sag doch, ich hab im Vorvideo schon Murloc... ...be... ...Mur... ...Boah. Murloc-Flossen. Für diese Quest gesammelt. Diese Sprachschwierigkeiten, die ich seit neuestem hab, ich weiß auch nicht, woher die kommen. Das tut mir furchtbar leid. Ich mein, ich kann da echt nichts gegen machen. Das ist komischerweise irgendwie... Ich weiß echt nicht. Äh. Ja. Sie ist zu weit entfernt. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ansonsten... ...Pfff. Kann ich auch nichts machen. Müsst damit leben. Wenn ihr mal in die Videos guckt. Obwohl, diese Murlocs haben offensichtlich noch schwierigere Sprachschwierigkeiten als ich. Also, definitiv. Wenn man sich das anhört, was die Murlocs da aus ihrem Mund pressen, dann ist, was ich hier noch sage, ist echt... Boah. Hammer. Es ergibt keinen Sinn, was ich sage, aber... Egal. Oh mein Gott. Aber was wir an diesem Video festhalten können, ist, dass ich nach den letzten Aufnahmen keinen Suizid begangen habe, sondern nur total durchgedreht bin. Und das nur nebenbei. Ja, das ist leider eine traurige Tatsache. Also, ich habe die Information bekommen, ich könnte den Tank verklagen für, aber... Ach nee, muss ja nicht sein. Ich meine, hat ja auch was Gutes, dass ich jetzt so gesprächig und Sprachschwierigkeiten habe. Das ist... ...Entertainment-mäßiger besser. Ach, jetzt droppt die letzte Murloc-Flosse nicht. Ich glaube es doch nicht. Gebt mir eure Flossen, ich will sie brutzeln und zu Schnitzeln verarbeiten. Hm, Schnitzel. Oh, jetzt bekomme ich Hunger. Och, nee. Ich entschuldige mich nochmal für die... ...für Husten und alles. Ich... Ich weiß auch nicht. Das ist allergiebedingt. Es ist immer noch Sommer und so. Es scheint gerade wieder bei uns draußen die Sonne. Die scheiß Sonne, wisst ihr? Jetzt hier hat fünf Wochen keine Sonne geschienen. Jetzt geht's mir mal nicht gut und dann scheint die Sonne. Da könnte ich kotzen. Was scheint denn jetzt bitte die Sonne, wo ich nicht raus will? Was soll denn das? Mal ernsthaft. Warum scheint die Sonne, wenn ich nicht raus will? Da könnte ich mich aufregen, Leute. Aber... Hm, lassen wir es weg. Ich glaube, ich schneide den Part raus. Nein, ich lasse ihn drin. Hm, naja. So, wir haben wieder eine Quest fertig. Das reicht uns aber noch... Oh, ich hab wieder den Timer vergessen. Ich glaube, ich hab schon inzwischen sechs Minuten mit Labern verbracht. Äh... Ja. Bei sieben mach ich einen Cut. Und wir gehen hier hinten hin. Da gibt's nämlich jetzt... Oh mein Gott. Ähm... 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 Sorry. Ich kann echt nichts dafür. Das tut mir echt leid. Ähm... Da gibt's jetzt inzwischen für Level 21... Zwei gelbe Quest. Hier gesetztes Solomon. Ich wollte schon Salomon sagen, aber der hat nichts damit zu tun, der Eude-Knabe. Ähm... Wir sehen schon hier, unsere Stiefel sind leicht beschädigt, weil wir... Weil ich nie retten gehe. Habe ich irgendwie bisher noch nie für nötig befunden, aber... Bald sind sie kaputt. Gut. Es sind nur weiße Stiefel. Haltbarkeit 5 von 25. Na. Die halten noch ein bisschen. Äh... Fangustatze. Die holen wir uns mal direkt. Danach gehen wir hier runter. Gehen in diese Elite-Borg, die ich bereits im Vorvideo erwähnte. Oder in den letzten... Ich hab die... Ich hab die HDW-Videos schon komplett verdrängt aus meinem Gedächtnis. Also bei mir im Gedächtnis existieren die gar nicht mehr. Also ich hab die echt komplett verdrängt. Falls mir jemand davon erzählt, ich muss dich leider umbringen. Ha. Verfehlen. Nein, du gehst down, Euda. So. Aber ich muss festhalten, wir hatten die... Die letzten Parts keine Legs mehr. Und das finde ich wirklich sympathisch von Blizzard, dass sie ihre Server mal auf meine Spielzeiten ausrichten. Das finde ich wirklich nett. Ich meine, das ist auch kulturell wichtig hier, meine Let's Plays. Das ist definitiv, also... Da kann man noch Generationen dran festhalten. Ach, ich liebe Selbstironie. Nein, naja. Ich freue mich, wenn es ein paar Leuten gefällt. Und es macht mir Spaß, scheiße zu labern, Mobs zu plätten. Insofern... Herrlich. Einfach herrlich. Äh... Ja... 25... Natürlich, dich nehm ich. Aufs Korn. Komm her, Euda. Ja, voll daneben, ey. Und der auch. Mein Gott. Hm. Das könnte ein bisschen... Naja. Gut. Den kriege ich down, das ist gar keine Frage. Aber... Das ist halt nervend, weil... Was soll denn das? Stirb doch einfach. Verfehlen. Verfehlen. Nein, Treffer. Hammer. Treffer. Und... Verfehlen. Doppelt. Falls ihr euch fragt, warum ich den Schaden absorbiere, das ist das Mana-Schild hier. Das aktiviere ich über R. Meine R-Taste halt. Und, ähm, jo. Absorbiere ich halt Schaden für Mana. Das ist relativ nett. Aber... Es braucht auch ein bisschen mehr Reckzeit, die ich aber nicht in Videos opfern will. Daher gehe ich jetzt mit 50% Mana weiter. Da haben wir 5 Mobs, die alle auf Level 24 sind. Wir starten eine Abstimmung. Soll ich da reinspringen? Ja oder nein? Nein. Hier haben wir die etwas loweren Mobs Level. Jetzt leckt's wieder. Ich sage zwar... Ich sage einmal, dass es zwei Videos nicht geleckt hat und dann leckt's wieder. Gut. Ich dachte gerade, das wäre ein Gegner, ey. Was soll denn das, du Bastard-Paladin, ey? So eine Arschkrampe, du. Reitet der einfach an mich vorbei, an mir, an meiner Wenigkeit und erschreckt mich vollkommen. Ey, ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt. Kommt ein dickes Schlachtross um die Ecke. Was soll denn das mal ernsthaft? Haha, ist ja unfassbar. Oh, oh, der ist aber real. Das ist ein Gegner. Hier der Typifuzzi. Der ist sogar 25. Och. Hier sehen wir mal Blinzeln im Einsatz. Distanz zum Gegner aufbauen. Frostblitz und distanzieren. Und same again. So. Ja, was will der denn? Hier, 25. Äh, wann wollte ich cutten? Oh, erinnert mich mal dran. Wann wollte ich ihn cutten? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade in den Comments gelesen, bei 7. Ja, die Comments sind sehr schnell, muss man sagen. Nein. So schlecht ist mein Kurzzeitgedächtnis noch nicht. Aber ich bin jetzt mal für 20 Sekunden ruhig, weil ich bisher so viel gelabert habe, fällt mir gerade auf. Oh, das ist verrückt, da ist mein Kurzzeitgedächtnis. Ach, was geht's? Okay. Du bist du denn? Oh, das ist vor. Wo ist der andere Seite? Oh, das läuft. 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 So, die 2 Minuten, äh, 20 Sekunden, es waren 2 Minuten für mich gefühlt, die ich nicht labern durfte, sind um. Was haben wir hier? 1, 2, 3 Nahkämpfer. Und der könnte auch noch dazu kommen, egal, ich versuche das jetzt einfach. Wenn ich sterbe, haut mich in die Fresse bitte. So, und jetzt versuchen wir es so. So, genau, schön. Das ist natürlich sehr schön und das gefällt mir auch sehr gut. Dann machen wir so weiter und Feuerschlag und dann weiter AE und AE und AE. Und alles kaputt, so will ich das sehen, Leute, so will ich das sehen. 4 von 10, das passt mir auch. Hm, ja. Wir machen eine Hervorrufung, weil wir wieder Mana wollen. Und wir machen einen Schlag gegen den Rechner, weil wir keinen Lex mehr wollen. Das war der Schlag gegen den Rechner. Ich bin außer Reichweite. Äh, besucht, Leutnant Fangrohr. Habe ich die Quest? Wart mal, mach mal keine Hektik. Ah, die ist rot. Die würde ich noch nicht angehen eigentlich. Rote Quests sollten angegangen werden, wenn sie auf gelb sind. Also ich bin definitiv jemand, der der Devise nachgeht, immer nur gelbe Quests zu machen, weil irgendwann hast du einfach keine Quests mehr. Und dann musst du tausend Stunden laufen und das kotzt mich definitiv an. Deswegen mache ich immer nur gelbe Quests, kloppe ein paar Mobs, mach gelbe Quests. Das passt dann immer sehr schön. Gehen die Instanzen, die mir die Seele zerstören und... Ja gut, ihr habt's gesehen, ich mein... Aha, jetzt erinnere ich mich wieder. Oh mein Gott. Wir machen an dieser Stelle einen Cut.